Heyo Leute, Gaming-Offs wieder back am Start und zwar heute ein neues Video. Ich bin hier auf dem Discord-Server von InzuchtTV Mod und dadurch haben mich oft oder öfters auch schon andere Leute angeschrieben, die ihnen halt auf Twitch subscribed haben. So, yo, wie kriege ich die Twitch-Subscriber-Rolle? Da habe ich gesagt, yo, verknüpft einfach euer Twitch mit Discord und dann dauert es einen Tag in der Regel spät maximal, bis ihr eure Twitch-Rolle automatisch erhaltet und wenn euer Subscribe auch ausläuft auf Twitch, kriegt ihr die Rolle auch automatisch wieder entfernt. Jetzt fragen sich eben, wie gesagt, manche, wie man das verknüpft. Das will ich euch jetzt zeigen. Ihr geht einmal hier unten auf dieses Einstellungs-Symbol. Beim Handy muss man, glaube ich, von links rüber swipen, wo man die ganzen Channel sieht und dann kann man auch irgendwo unten dieses Benutzer-Einstellungs-Symbol drücken. Dann geht man auf Verknüpfungen und dann seht man hier schon alle Plattformen, die man bisher verknüpft hat und hier oben ist halt, wie gesagt, auch das Twitch-Symbol. Da klickt ihr einmal drauf und dann meldet ihr euch an. Ich bin automatisch eingeloggt, weil ich mein Twitch halt automatisch einloggen eingestellt habe auf meinem PC. Also ihr loggt euch einfach ein und dann kommt hier, Twitch-Account wurde mit Discord verbunden und dann geht ihr hier auf Discord und dann seht ihr auch direkt schon hier unten, dass ihr euer Twitch verknüpft habt. Dann wartet ihr in der Regel ein bisschen. Das ist auf jeden Fall nicht direkt. Und zwar seht ihr das. Ich bin hier Mod, deshalb kann ich es mal kurz zeigen. Und zwar wird hier das jeden Tag spätestens einmal am Tag mindestens synchronisiert. Oder wenn man halt einen Mod schnell fragt, kann er sagen, so, yo, Synchronisation oder Zwingen und dann kann man die Rolle theoretisch auch direkt bekommen. Aber das war es eigentlich an sich auch schon mit dem Video. Wartet einfach, wenn ihr euer Twitch verknüpft habt und nicht die Rolle direkt habt. Wartet einfach einen Tag, maximal zwei. Wenn ihr dann nicht habt, dann schreibt einen Mod an. Oder überprüft, ob ihr auch den wirklich richtigen Twitch-Account verknüpft habt. Kuss geht raus. Ciao.